Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Godmode Glitch zeigen auf der Map Blood of the Dead. Was ihr dafür braucht ist die DG5 Fragnarockstäbe und ihr müsst hochgehen aufs Dach. Wenn ihr dann auf dem Dach seid könnt ihr die Stäbe nach vorne nehmen und ihr müsst genau so springen wie ich, so schräg um die Kurve. Am besten geht es wenn ihr wirklich erst ganz unten springt. Die schiesst dann gleich drauf wo man wirklich russpringen muss. Genau an dieser Stelle da. Da ist es am besten damit ihr so schräg rüberspringen. Ihr müsst ein bisschen in die Mitte fliegen sonst fliegt ihr wieder runter. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Das Ballee Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.